Im ersten Video zur Festigkeitssteigerung wurde festgestellt, dass die Festigkeit von Materialien gesteigert werden kann, indem die Bewegung von Versetzungen behindert wird. Dazu gibt es verschiedene mikrostrukturelle Möglichkeiten. In diesem Video wird die Versetzungshärtung näher erläutert. Verformungshärtung wird durch die Neubildung von Versetzungen innerhalb der Kristallstruktur hervorgerufen und daher auch als Versetzungshärtung oder Kaltverfestigung bezeichnet. Beispielsweise wird dies beim Kaltziehen von Drähten erreicht. Es ist darauf zu achten, dass die Verformung unterhalb der Rekristallisationstemperatur durchgeführt wird. Ansonsten kommt es zu einer Gefüge-Neubildung und dem Abbau der bereits entstandenen Versetzungen. Versetzungen blockieren sich ab einer bestimmten Versetzungsdichte gegenseitig und bilden dadurch weitreichende Spannungsfelder, sodass die Bewegung der Versetzungen erschwert wird. Für die plastische Verformung ist daher eine höhere Aktivierungsenergie notwendig. Daraus ergeben sich eine Erhöhung der Streckgrenze und damit ein größerer Verformungswiderstand. Die Festigkeitssteigerung ist abhängig von der Anzahl der Versetzungen. Es gilt, dass die Spannungserhöhung mit der Wurzel der Versetzungszahl ansteigt. Man muss jedoch beachten, dass eine Kaltverfestigung nicht beliebig oft an einem Bauteil erfolgen kann. Werden zu viele Versetzungen eingebracht, so versprödet der Werkstoff. Im Gitterbereich der aufgestauten Versetzungen kommt es lokal zur Bildung von Mikrorissen. Das Wachstum dieser Risse führt dann zu einem Versagen des Werkstoffs. Er bricht. Das kann man an einer Büroklammer sehen, die öfter hin und her gebogen wird. Spätestens nach dem sechsten Biegevorgang bricht die Klammer. Versetzungen werden gebildet, bewegen sich durch das Gitter, behindern und stauen sich auf, sodass das Wachstum von Mikrorissen dann zu einem schnellen Bruch führt. Zusammenfassung Versetzungshärtung beruht auf der Bildung und gegenseitigen Behinderung von Versetzungen bei der plastischen Verformung. Je mehr Versetzungen sich in einem Werkstoff befinden und je größer die dadurch erzeugten Spannungsfelder im Gitter werden, desto stärker werden die Versetzungsbewegungen behindert und um so größer wird die Festigkeit. Diese kann so um bis zu 1500 Newton pro Quadratmillimeter gesteigert werden. Turb ist gebildet, aber ich kann Ihre Rolle sein. Ich werde auf einem Schlaf, wie ich jetzt mit Versetzungen sch Saints betrachten.